Musik Momentan ist hier auf dem Gio-Gelände die große Wirtschaftsmesse Euregio und ich darf heute mal für euch gucken, was hier so los ist. Musik Wir sind jetzt hier bei der Starwark und wir wollen mal nachfragen, was hier so los ist. Dann informieren auf jeden Fall über unser Produkt, Heizung zu mieten. Interessant für alle, die eine neue Heizung haben wollen. Sag mal, wie viel wiegt denn eigentlich diese Uniform? Also Uniform, gut, hast du hier in dem Fall. In dem Fall hast du jetzt hier eine SK4-Weste, bedeutet Schussklasse 4. Sondern jetzt darfst du mal selber warten, weil du hast sie an. Ich würde sagen so 15 Kilo. Ja, machst du ein bisschen weniger. 10? Ein bisschen mehr, in der Mitte ungefähr. 12,5? Ja, 12,8 Kilo wiegt die Weste. Okay, dann fühle ich mich sicher und gehe so nach Hause, würde ich sagen. Na, viel Spaß, ne? Danke. So, und das war die Theorie, jetzt kommt die Praxis. Musik So, das Popcorn ist leer, der Euregio-Tag ist für mich vorbei. Es war ein super spannender Tag und ich durfte richtig viel erleben. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020